servus und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute haben wir hier einfach den aldi süd bestellschein und ja ich werde jetzt nicht alles durchgehen nur mal so kleinigkeiten und man sieht sofort die artis 399 ja kann man nicht ändern was haben wir hier noch schönes drin die kobe ist 1 90 big bang ist gottseidank auch noch 1 99 geblieben rp superstars viel glück raketen für 8 99 excalibur die casino real für 20 euro war die umgelabelte golden kingdom ist eigentlich ein geiler verbund tristan weiß ich jetzt nicht genau achte ich glaube das ist die hellboy und ja die merlin noch da unten ja sonst ist jetzt hier nichts so krass ist noch die ganzen batterien könnt ihr euch selber angucken und ja dann würde ich sagen was das jetzt auch schon mit dem bestellschein von aldi 2020 bis dann und ciao